Ich glaube, dass LinkedIn halt versucht, die Aufmerksamkeit mehr zu verteilen und dass sie versuchen, mehr Leute auf die Plattform zu bringen und dadurch mehr Leute diese, wie auf TikTok, wenn du anfängst zu posten, deine ersten drei Dinge gehen irgendwie viral, weil du kriegst quasi das zurück, dass LinkedIn push schon an neue Leute, also das sie halt in unsere Daten, dass die Neuen eigentlich schon viel Reichweite kriegen und die Alten sich quasi jetzt mehr anstrengen müssen und mehr machen müssen. Ich freue mich über einen ganz besonderen Gast und zwar Eva von Scribe.io ist heute da und Hintergrund ist, dass wir vor ein paar Monaten zu den ersten Nutzern, glaube ich, gehören durften, die Scribe schon mal testen durften und Malte aus meinem Team hat das sehr ausführlich gemacht und hat immer mehr gesagt, Robert, ich glaube, du musst da mal selber reingucken, das ist ein richtig cooles Tool und vor ein paar Wochen habe ich dann selber reingeguckt und dachte mir so, krass, das ist das Tool, was ich immer für LinkedIn vermisst habe und umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist, Eva, und wir ein bisschen darüber sprechen können, was das Tool macht. Und vor allem auch die Story dahinter. Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass ich heute da sein darf. Freue mich sehr. Ja, dann lass uns doch mal reinspringen und mach doch mal vielleicht den kleinen Abriss sozusagen, was Scribe.io macht und vor allem auch, was die Idee dahinter war. Ja, voll gern. Also Scribe.io verwandelt eigentlich unstrukturierte Inputs, wie zum Beispiel dieser Podcast, eine Voice-Memo, Notizen in High-Performing-Social-Posts. Das heißt, man kann sich so vorstellen, man hat irgendwie eine spontane Idee und man denkt so, wow, wäre voll der mega nice LinkedIn-Content, aber man weiß nicht genau, wie schreibe ich denn das Ganze. Dann mache ich einfach Scribe auf, mache eine coole Voice-Memo über mein Thema und kriege quasi meinen 80% fertigen Post. Und so wollen wir eigentlich quasi jedem ermöglichen, dass er ganz, ganz einfach seine Insights und Stories teilen kann, auch wenn er halt jetzt nicht der Top-Writer ist. Ja, weil das ist ja wirklich etwas und da bin ich gleich gespannt, wie ihr auch da rangegangen seid, weil, keine Ahnung, ich habe immer wieder Freunde, die auch auf anderen Plattformen schon Content gemacht haben, sei es irgendwie auf Instagram, auf Facebook, dann rübergekommen sind auf LinkedIn und sich immer am Anfang schwer getan haben, weil sie irgendwie noch nicht dieses Gefühl entwickelt haben, wie irgendwie ein LinkedIn-Post aussieht. Wie seid ihr da rangegangen? Weil man hat ja wirklich schon ein Gefühl, dass ein LinkedIn-Post so seine eigene Sprache irgendwie spricht und dass es so gewisse Regeln gibt. Wie habt ihr das runtergebrochen bekommen, was irgendwie ein LinkedIn-Post auszeichnet? Also ganz, ganz am Anfang, also ich komme eigentlich aus dem Content-Creation-Bereich, also ich bin 15 angefangen, Content zu machen auf Instagram und dann später auf LinkedIn. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie die letzten 15 Jahre immer wieder Content gemacht, für mich, aber auch für ganz viele andere. Und wie wir angefangen haben, ist, wir haben uns ganz, ganz viele LinkedIn-Posts angeschaut. Also wir haben uns angeschaut, wie sind die geschrieben, warum sind die so geschrieben, was performt gut, was performt nicht gut. Und es sind halt draufgekommen, es gibt irgendwie verschiedene Arten und Weisen. Aber eine Sache, die halt irgendwie jeden LinkedIn-Post ausmacht, ist vor allem der Hook. Deshalb gibt es bei uns eigentlich ein eigenes Modell, was sich nur darum kümmert, dass der Hook gut ist, weil eigentlich die erste Zeile halt dein Content-Make-Or-Break macht. Und beim Rest, wie wir jetzt vorgehen, ist eigentlich ganz, ganz viel, dass wir immer einfach aktuell schauen, was gerade laut LinkedIn, weil wir wissen ja quasi alle auf LinkedIn, was ein guter Post ist, indem wir sehen, wie viele Likes, wie viele Reaches der Post hat. Und wir schauen quasi immer Live-Zeit nach, was ist überhaupt ein guter Post und versuchen quasi datengetrieben, das wiederherstellen mit Scribe. Das heißt, wir schauen immer eigentlich auf LinkedIn, was sagt ein LinkedIn, dass ein guter Post ist. Und man kriegt natürlich durch das Feedback sozusagen, was im Markt irgendwie gerade viele Likes und sozusagen Kommentare bekommt, kriegt ihr natürlich mit, was gerade gut funktioniert und was nicht. Ja, verstehe. Spannend. Da muss man halt zurückgespult sozusagen. Ich glaube, keine Ahnung, Content zu erstellen ist ja irgendwie eine Sache. Eine Software zu gründen und zu starten ist ja eine andere Sache. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr zusammengekommen seid, wer alles sozusagen in deinem Team auch drin ist und wie ihr losgelegt habt? Weil das ist ja schon sozusagen erstmal ein Mammu-Projekt irgendwie, ne, sowas zu starten. Ja, ich glaube, das Gute ist, wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann unterschätzt man es. Also ich glaube, das ist sehr positiv. Ja, das glaube ich auch. Wenn man dann naiv reinstartet, das ist immer das Beste, ne? Genau, genau. Also ich glaube, hätte ich gewusst, was das alles bedeutet, was das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal angefangen hätte. Ja. Aber basically war es eigentlich so, also ich habe ja Machine Learning studiert im Master. Also ich habe den ganzen Tech-Background auch, aber habe halt immer Content gemacht. Und früher oder vor ein paar Jahren wäre das, was wir heute machen, technologisch gar nicht möglich gewesen. Weil so Technologien wie ChatGDB, die gibt es noch nicht so lange. Und dass es so günstig ist, gibt es auch noch nicht so lange. Verstehe. Und das heißt, erst mal, dass überhaupt so Produkt möglich ist, war eigentlich mit dem Herauskommen von ChatGDB. Und dann habe ich immer mehr herumgespielt und gemerkt, hey, so viele Sachen, die ich in meinem Alltag mache und so viele Sachen, die Menschen fragen, weil ich kriege immer wieder die gleichen Fragen, kannst du mir mal Content helfen, wie mache ich das? Wie schreibe ich überhaupt einen Post? Könnte man eigentlich automatisieren und ein Produkt gießen? Und so ist etwas die Idee zu Scribe entstanden. Allerdings habe ich gewusst, dass sie das nicht allein machen kann, weil ich kann jetzt nicht ein ganzes Produkt programmieren und dann nur quasi die ganze Community machen und alles weitere aufbauen. Und dann hat er eigentlich Christoph kennengelernt. Das ist unser technischer Co-Founder. Und der hat davor auch schon angefangen, seine Personal Brand aufzubauen. Sie hat gemerkt, er ist CTO, weil er war da vorne am Startup, Personal Branding is a thing. Und er hat ihm immer wieder geholfen und er war so, hey, stimmt. Er hat auch voll Bock, weil er will ein Produkt bauen, was irgendwie jedem, so wie du jetzt, was Menschen erreicht, wo sie denken, hey, voll geil, nutze ich meinen Arbeitsalltag. Er hat dann beschlossen, er joined us. Und Carmen, eine andere Co-Founderin, die hat davor mit mir in der Agentur gearbeitet und die liebt es einfach, Menschen dazu im Bauern, ihre Stimme zu nutzen. Und die hat gemerkt, dass sie mit Scribe halt viel einen größeren Impact hat und dass sie halt noch viel mehr Leute erreichen kann. Und das war ihr Grund, warum sie auch gesagt hat, hey, let's do it, let's go for it. Und ich glaube, wir alle haben es massiv unterschätzt, aber haben jetzt wenig, extrem viel Bock, dass wir es halt quasi so weit gebracht haben und weiterbringen. Ja. Wie seid ihr rangegangen? Was sind so beim SARS irgendwie so die ersten Meilensteine? Ich habe irgendwie mal von so Sachen gehört, wie dass man schon auf die ersten tausend Nutzer dann irgendwie zielt wahrscheinlich und auch auf die ersten tausend Zahlenden. Aber gerade am Anfang habe ich das Gefühl, dass ihr super viel richtig gemacht habt, wahrscheinlich auch noch nicht alle irgendwie zahlend reingeknallt habt, wo die Software irgendwie noch nicht stabil stand und solche Sachen. Das ist ja irgendwie so eine Beta-Phase wahrscheinlich gab, wo irgendwie nur ein paar Leute eingeladen wurdet. Was waren da gedanklich für euch so die Meilensteine, die ihr auch umgesetzt habt? Also ich glaube, die ersten drei Monate haben wir viel falsch gemacht. Da haben wir noch ganz, ganz viel im stillen Kämmerchen gebaut. Also wir haben uns gedacht, okay, wir brauchen das, also bauen wir das. Und habe dann erst so nach drei Monaten wirklich Menschen das Produkt gezeigt und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass wir das viel früher machen hatten sollen und dass wir viel gebaut haben, was dann Leute gar nicht brauchen. Das heißt, glaube ich, so Tipp Nummer eins, baue das Kleinstmöglichste, was du irgendwie bauen kannst. Oder mach eine Zeichnung, mach irgendwas, was irgendwie erklärt, was du vorhast und frag zehn Leute. Hol das Feedback und frag wieder viele Leute. Und dann haben wir ganz, ganz schnell angefangen, eine WhatsApp-Community aufzubauen. Also wir haben jetzt immer noch so rund 300, 400 Leute in unserer WhatsApp-Community, die wir immer nach Feedback fragen können. Das heißt, alle unsere Beta-Nutzer waren da quasi drin und haben laufen mit uns quasi das Produkt zusammenentwickelt. Und wir haben, glaube ich, jetzt irgendwie achtmal gelauncht oder gelauncht, bevor wir wirklich public gelauncht haben, weil wir immer wieder die Sachen vorgetestet haben, immer wieder in free, bis wir quasi ready waren und gesagt haben, hey, das Produkt ist jetzt ready to ship. Ja, krass. Ja, dass man ordentlich Iterationsschleifen sozusagen hat, bevor man sozusagen die ersten, wahrscheinlich dann auch zahlenden Leute sozusagen hat, die sagen, hey, das Produkt ist irgendwie wichtig. Gab es so entlang des Weges, hast du ein Gefühl dafür, welche Features auch irgendwie am beliebtesten sind? Weil man kommt ja mittlerweile so ein bisschen rein und kann so links und rechts. Und zum Beispiel die Recording-Funktion erwische ich auch immer wieder Leute, die sagen, hey, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und gestern zum Beispiel war so eine Situation, wo ich dachte, oh, ich brauche irgendwie noch einen Post für morgen. Lass mal gucken, ob mir das nicht dabei helfen kann. Habe so irgendwie fünf Minuten von einem YouTube-Video mir geschnappt, habe das reingeschmissen und muss wirklich sagen, 80 Prozent, wie du gesagt hast, war fertig. Und ich habe selbst, das war so witzig, weil ich irgendwie dachte so, die Zahlen, die er genannt hat, weil es so um Fördermittel ging und so, dachte so, oh, da hörst du lieber nochmal in die Folge rein, ob er das wirklich richtig gemacht hat. Nicht, dass er da irgendwie was hat. Und es war alles 100 Prozent richtig. Und ich dachte mir so, geile Sache, dass Content-Erstellung jetzt wirklich immer einfacher wird und man wirklich nicht mehr die zwei Stunden pro Post wird, sondern dass das Tool dabei so gut unterstützt. Gibt es ein Gefühl, welche Features irgendwie super beliebt sind? Ja, also es ist total spannend, dass die meisten Menschen kommen bei uns wegen Voice-to-Content, dass wir sich denken, hey, mach eine Sprachmemo und dann mach einen Post raus. Also deshalb kommen die Leute. Ja. Sie bleiben aber meistens dadurch, dass sie endlich ihren ganzen Content in einem Ort haben. Also du hast ja irgendwie deine ganzen Content-Sources, du kannst mit deinen Menschen kollaborieren, du hast jetzt ja nach, wir machen jetzt wahrscheinlich eine Build-Library, dann hast du deine Bilder, du hast deine Team-Bilder und jetzt haben sie sich halt so gewöhnt, dass da halt ihr ganzes Zeug ist, weil sonst haben sie halt immer irgendwo verloren. Das heißt, die Leute bleiben eigentlich wegen der Content-Hub, was Scribe eigentlich jetzt auch mittlerweile ist. Stimmt, das ist auch der Grustfall sonst früher oder der Vorteil von den ganzen Vorplanungstools gewesen, dass man sozusagen alles irgendwie in einem Tool hat, da entspannt das Ganze vorplanen kann und dann irgendwie seine Ruhe hat. Ja, das ist spannend mit dem Voice-to-Content sozusagen, dass das der Hook ist, wo die Leute sozusagen reinkommen, aber dann aus anderen Kunden sozusagen bleiben. Du kannst ja, ihr seht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, was performt bei euren Usern und was nicht. Was würdest du denn sagen, woran die meisten auch an LinkedIn-Content irgendwie scheitern? Also ein Tool kann ja immer nur einen gewissen Teil abbilden, aber was würdest du sagen, sind so die größten Engpässe, wenn die Leute dann anfangen zu posten? Also ich kann es ja einmal so datengetrieben sagen, weil ich habe mir gestern unsere 63.000 Posts angeschaut, weil ich fand es sehr spannend, so ein bisschen Korrelationen anzuschauen und da war eine gängige Sache, dass Posts nicht performen, wenn sie kompliziert geschrieben sind. Also es gibt ja so diese Grades, quasi 11. Kindergarten, 5. Klasse und so und alle Posts, die über 10. Klasse geschrieben waren, haben nie performt. Das heißt, wenn man zu kompliziert schreibt, performt der Kontinent. Aber auch wenn man zu einfach schreibt. Was ist denn das beste Level? 5. Klasse oder was? 7. Klasse eigentlich. 7. Klasse. Aber das ist gut, in Klassen zu sprechen. Genau, genau. Also das gebe ich mir so als Tipp mit, es muss kein Doktorarbeit sein oder Masterarbeit, weil die Leute brauchen halt easy digestible Content. Das merkt man total viel, ohne dass einfach ganz, ganz lange Beiträge, wenn jetzt so fette Blöcke geschrieben sind, tendenziell auch nicht so gut performen, weil es halt einfach nicht so leicht zu lesen ist. Aber ich glaube tendenziell, die meisten Leute scheitern daran, dass sie gar nicht erst anfangen zu posten, weil sie sich zu viele Gedanken machen. Also ich glaube, das ist so Ding Nummer 1, warum Leute nicht läuft, ist, weil keine Konsistenz da ist und weil sie einfach gar nicht erst anfangen. Also bevor man in den ganzen Algorithmus Details geht, muss man zuerst mal irgendwie anfangen. Ja, da bin ich bei dir. Aber witzig, das mit Schulklassen finde ich einen guten Vergleich, weil das beobachtet man natürlich. Und ich glaube, es ist auch eine Kunst, Sachen halt einfach darzustellen. Also das beobere ich dich auch immer wieder in der Beratung, dass wenn Leute mit uns zusammenarbeiten, sagen sie auch immer, ey, das ist ja auch irgendwie einfach, was ihr tut, wenn ich eine Folie zeige. Und ich so, ja, ich habe auch drei Stunden damit verbracht zu überlegen, wie ich es so einfach darstelle oder auch so einfach erkläre. Also dass da Arbeit reinfließt, spannend zu hören. Was ich nochmal von dir hören würde, was ich super spannend fände, ist, dass es natürlich so Themenkategorien gibt auf LinkedIn, die funktionieren. Ja, also keine Ahnung, wenn man irgendeine spannende Gründerin oder Gründerstory hat, funktioniert das meistens. Irgendwelche großen Learnings über die Selbstständigkeit, habe ich das Gefühl, funktionieren immer, wenn man sich zu Remote Work äußert, funktioniert das immer. Hast du so, keine Ahnung, fünf Kategorien im Kopf, was so mehr oder weniger Themen sind, wo man eigentlich sich zu äußern kann und zumindest die Chance erhöht, dass der Post Reichweite bekommt? Ja, also ich glaube, tendenziell, dein Post bekommt immer mehr Reichweite, wenn du einen meinungsstarken Post hast, weil die Leute sehr gerne diskutieren. Das heißt, ich gebe immer als Pro-Tipp mit, schreibe, oder es gibt meistens diese Frage, was sind drei Meinungen, mit denen du agreest, aber die meisten Leute disagreeen würden. Aber im Best Case, deine Target Audience agreed. Und das sind meistens so Posts, die extrem gut performen, weil halt Leute, wenn sie was lesen und sie disagreeen, tendenziell immer stehen bleiben und dann einen Kommentar hinterlassen. Also jetzt so als Faustregel. Und tendenziell Sachen, die immer gut performen sind, so Mental-Health-Sachen, Work-Life-Balance-Sachen, also wenn man über die, also wenn man sehr persönliche Details gibt und in generell, wenn man auch sehr persönliche Geschichten erzählt aus seinem Leben, weil sich halt das deutlich vom Content abhebt, den man sonst sieht, weil halt niemand andere eine persönliche Geschichte von dir erzählen kann. Spannend. Ja, die Themen bin ich bei dir. Und das mit dem, ja, ich glaube, das Diskutieren und das ist, glaube ich, auch das, was in diesem Algorithmus-Report von Richard van der Blom ja irgendwie jedes Mal weiter rauskommt, und dass Kommentare wichtiger denn je sind. Oh ja, Eva, da habe ich ja hier den Profi sozusagen vor mir sitzen. Wie siehst du denn das? Also was wir einfach beobachtet haben, ich war ja ein bisschen faul geworden. Die letzten vier Jahre habe ich eigentlich immer nur so Text-Image-Posts gemacht. Aber gerade in den letzten zwei bis drei Monaten hatte ich das Gefühl, dass wie die Reichweite einfach halbiert wurde. Also das wirklich, irgendwann hast du ja auch so ein Bauchgefühl irgendwie. Keine Ahnung, du kannst es bestimmt mit Zahlen belegen. So 100 Likes waren früher immer 10.000 Ansichten. Also es war so ein bisschen so gefühlt 1 zu 1 haltend. Und jetzt gefühlt so durch zwei geteilt. Und dann habe ich das irgendwann ehrgeizig genommen und dachte mir so, hey, gerade weil Ann-Christin auch aus unserem Team angefangen hat, mit Slideshows wieder zu arbeiten, Reels gemacht hat und irgendwie ganz andere Reichweiten sozusagen hinbekommen hat. Habt ihr das auch irgendwie beobachtet? Oder ist es irgendwie dann doch die Qualität des Contents? Also ich fand es total spannend, weil ich habe mal angeschaut, ob tendenziell von allen Leuten die Impressions gesunken sind. Und? Und es gibt, also bei uns, bei den Daten, es gab eine wenige Korrelation. Also tendenziell sind die Sachen ja wieder gestiegen bei den Menschen. Kann das sein, dass mehr Leute bohsen, dass das mal verteilt hat. Aber tendenziell, weil die Leute, die neu angefangen haben, weil wir haben viele Leute, die neu anfangen, steigen die Impressions. Also jetzt ist ja irgendwie logisch, dass sie steigen. Und es betrifft mehr die ganzen Menschen, die schon lang posten. Also ich finde, man muss ja unterscheiden, ob jemand angefangen hat oder ob jemand lang postet. Die, die lang posten, haben weniger. Aber die, die erst anfangen, bei denen ist nur extrem viel Potenzial da und die steigen schneller wie früher. Wie würdest du das erklären? Dass Leute, die jetzt anfangen, mehr gepusht werden? Ich glaube, dass LinkedIn halt versucht, die Aufmerksamkeit mehr zu verteilen. Und dass sie versuchen, mehr Leute auf die Plattform zu bringen. Und dadurch mehr Leute diese, wie auf TikTok, wenn du anfängst zu posten, dann erst ein paar Dinge gehen irgendwie viral. Weil du kriegst quasi das zurück, dass das LinkedIn push schon an neue Leute. Also das sie halt in unseren Daten, dass die Neuen eigentlich schon viel Reichweite kriegen und die Alten sich quasi jetzt mehr anstrengen müssen und mehr machen müssen. Mehr Plattformen, mehr Sachen ausprobieren. Das macht irgendwie total Sinn. Ist ja viel, sehr cool, weil die sind ja schon im Game. Ja. Und Videocontent kriegt schon maximale Reichweite. Allerdings ist die Engagement-Rate von Videocontent extrem schlecht. Also jetzt, wenn ich mal es anscheinend vergleiche zu anderen Formaten, du reichst viele Leute, aber die Frage ist, bringt dir die Reichweite an Leads? Also ich finde, man muss es auf Ziele bringen. Und ich glaube, dass Videocontent momentan nicht der Kanal ist, um die meisten Leads zu generieren. Und ich glaube auch, dass das irgendwie so ein Glitch ist, hat man das Gefühl. Als ob das irgendwie so ein Fehler ist. Weil wenn ein Video von mir 200.000 Ansichten bekommt und dann irgendwie wie immer 60, 70 Likes und Kommentare bekommt, dann denke ich mir auch so, ja, da ist irgendwas falsch gelaufen. Also es sieht nicht danach aus, als ob ich wirklich 200.000 Leute erreicht hätte. Ja, same. Also wir hatten auch Videos, die hatten irgendwie 2 Millionen oder so. Und 100 Likes. Und du bist so, okay, cool. Aber man kann jetzt voll die coolen Screenshot machen, dass ich im letzten Monat 3 Millionen Menschen erreicht habe. Aber ich denke mal, so streamt halt nicht wirklich. Ja, das ist witzig. Aber der Screenshot funktioniert dann trotzdem irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe auch bei ein paar Leuten irgendwie gesehen, die haben die letzten 7 Tage irgendwie 3 Millionen Leute erreicht. Und das macht halt schon irgendwas. Aber ich bin da vollkommen bei dir, dass sozusagen immer die Frage ist, worüber kommen auch wirklich Leads? Und ich glaube auch, dass einfach Likes und Kommentare dann nochmal wertvoller sind, als diese Zahl, die irgendwie da ein bisschen rumschwirrt. Was bei uns so ein bisschen Hypothese war, ich weiß nicht, bei anderen Plattformen hat man das ja auch irgendwie mitbekommen, dass zum Beispiel YouTube sehr auf Watchtime irgendwann gegangen ist. Dass die alles andere so gefühlt rausgeschmissen haben. Hauptsache, die Leute gucken die Videos bis zum Ende. Und das hat so ein bisschen die Hypothese untermauert, dass zumindest Videos und Slideshows irgendwie jetzt ein bisschen besser funktionieren. Und vielleicht auch Posts, wo die Leute wirklich bis zum Ende lesen, weil es eine gute Story ist. Konntest du sowas irgendwie in den Daten sehen? Ja, also ich merke das total viel, dass, also wir sehen die Watchtime ja nicht, aber ich schaue mir manchmal einzelne Posts an. Ich merke, dass gerade diese Posts, die sehr viele Bilder drin haben, also wo man quasi die ganze Bildgalerie durchschauen muss, weil man eben sehen, Bilder gleichzeitig posten. Stimmt, damit geht das auch, ne? Ja, stimmt. Genau, genau. Weil da sind ja nur ganz viele Menschen und vielleicht will man wissen, ob man auf dem Bild ist und so. Und im Vergleich irgendwie mein Bits- und Pretzels-Posts hat da irgendwie 150.000 Impressions gehabt und der war nicht speziell. Also da waren einfach nur Menschen auf Bildern. Das merke ich auch total, dass da was hochgeht. Und ich habe generell, dass man dieses mehr Lesen klickt und halt oben in Hook optimiert, dass es auch total viel schon bringt. Weniger wie quasi, ich glaube nicht, dass Likes so viel bringt, weil mein Post kann ja 200 Likes haben, aber wenig Impressions. Also ich glaube, da ist die geringste Korrelation. Hey, das ist auch, glaube ich, gut, weil ich glaube, LinkedIn ein bisschen gegen diese, keine Ahnung, wie heißen die, Pod-Gruppen oder so gesteuert haben. Weil ich sehe es auch aus dem Augenwinkel, dass es so ein paar Leute gibt auf der Plattform, wo ich immer denke, so 120 Likes und drei Kommentare ist dann doch schon ein bisschen auffällig. Und ich glaube, dass sozusagen LinkedIn das natürlich auch mitbekommt und merkt, hey, wo ist irgendwie was los und wo ist nicht was los. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auf alle Plattformen. Instagram hat sich das ja dann auch einfach immer und immer weniger nachgelassen, weil ich glaube, das ist halt einfach, ich habe immer das Gefühl, LinkedIn macht das gerade durch, was Instagram 2015 durchgemacht hat. Und jetzt sind wir gerade in einer ähnlichen Phase. Hey, du hast das ja Instagram wahrscheinlich auch ganz gut irgendwie mitgemacht. Was sind denn die nächsten Phasen? Was ist denn, was sind denn die Evolutionsstufen bei Instagram irgendwie geworden? Weil heute habe ich das Gefühl, ist Instagram irgendwie so ein statischer Block geworden. Also da irgendwie, keine Ahnung, von null zu starten, ist ja gefühlt unmöglich geworden. Also habe ich wenig Erfolgsgeschichten irgendwie gehört. Hast du denn so ein bisschen Blick da drauf, wenn man sich da dran orientieren würde, was so die nächsten Phasen sind, um sich da auch drauf vorzubereiten? Also ich glaube, dass LinkedIn auch schwieriger wird mit der Zeit. Also ich glaube, dass es immer nur relativ easy ist. So wie 2015 auf Instagram zu starten, jetzt auf LinkedIn starten. Also es ist immer nur, es posten viel zu wenige Menschen. Es gibt viel mehr Leute, die Content konsumieren wie senden. Was sich halt jetzt auf LinkedIn total, oder was jetzt gerade entsteht, ist, dass das ganze Creator-Game dorthin kommt. Also dass du eigentlich wirklich als Content-Creator viel Geld verdienen kannst. Und das hat auf Instagram auch angefangen 2015 mit Gratis-Geschenken, kleinere Wertbeträge. Und es war auch noch richtig war. Und das merke ich jetzt auf LinkedIn. Es ist richtig, es gibt keine Benchmarks, es gibt wilde Preise, keine Media-Kits. Also es ist alles so sehr, sehr ins Going. Wenig Plattformen, aber total spannende Plattformen, weil halt Customer Lifetime Value total hoch ist und für Brands halt extrem spannend ist, mit P2P-Grader zusammenzuarbeiten. Also das verfolge ich gerade, weil ich glaube, dass das der krasseste Markt wird in der Zukunft. Ja, da bin ich bei dir, stimmt. Das ist irgendwie so, ja, es flog noch so ein bisschen unterm Radar. Ja, langsam professionalisiert sich auch der Content, was du gesagt hast, dass es ein bisschen schwieriger wird. Und ich glaube, das muss man auch einfach verstehen, dass das dazugehört. Und das versuchen wir auch unseren Kunden irgendwie mal so ein bisschen beizubringen, dass man halt nicht Content macht, um Content zu machen, sondern dass es halt schon irgendwie die eigene Arbeitsprobe ist. Und so auch das Aushängeschild. Und umso besser man den Content macht, desto mehr erreicht man auch dadurch. Eva, was siehst du denn noch in den Daten? Vielleicht mal so andersrum gefragt, wo du gesagt hast, oh, das ist irgendwie spannend. Also nur zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, ist, dass Posts tendenziell schlechter performen, weil mehrere Menschen gedaggt sind. Also das ist mal gestern aufgefallen. Weil ich glaube, das liegt daran, dass Leute einfach oft so massenhaft daggen und die Leute da nicht reagieren oder so. Das ist mir auch noch extrem aufgefallen. Und es gibt so, es gibt eine Metrik und das ist, was der Zeilenabstand ist und wie viele Wörter pro Zeile sind. Also zum Beispiel, wenn du nur ein Wort hast, dann Zeilenabstand und dann drei Wörter. Und tendenziell ist, wenn du zu dicke Paragraphen hast, performt es auch nicht so gut, aber nur ein Wort und dann wieder Zeile, ein Wort, wieder Zeile ist quasi auch nicht so gut. Das heißt, du brauchst so ein gesundes Mittelmaß, so dieser Tweet-Style, der bei uns besser performt. Also es sind, es passieren auf so 63.000 Posts, also es ist halt für den, und vor allem deutsche Posts. Also das ist quasi so die Metrik, auf der mir die, die ich mir die Sachen gestern angeschaut habe. Da können wir noch ein paar Mythen sozusagen aufräumen. Ich habe ja immer wieder Leute, die darüber diskutieren, ob externe Links in den Posts wirklich der Reichweite schaden oder nicht. Was ist deine Antwort dazu? LinkedIn selbst sagt ja, nein. Unsere Daten sagen ja. Also laut die Daten schon, wenn du einen Link reinhaust, der Beitrag performt nicht so gut. Also ich habe keinen Beitrag gesehen, der top performt hat, der einen Link drin hatte. Hä? Und LinkedIn selber sagt aber nicht? Also es wäre kein Problem? Ja, ich habe LinkedIn gefragt und die meinte, das liegt nur daran, dass wenn du auf den Link draufklickst, dass du dann quasi LinkedIn verlässt und dann quasi wieder, dann quasi nicht zurückkommst zum Beitrag und den Beitrag likest. Okay, die Erklärung habe ich auch noch nicht gehört. Das war die Erklärung von LinkedIn selbst. Laut unserer Daten haben die echt alle schlechte Performance. Okay, das ist gut zu hören. Ja, weil es macht ja auch sozusagen auf der Gesamtebene Sinn. Also eine Plattform ist ja in dem Spiel, dass die Leute auf der Plattform bleiben und sie nicht verlassen. Und wenn du nicht eine Strafe einbaust, dass die Leute auf den Link klicken und abhauen, dann klicken die Leute alle drauf und sind irgendwie weg. Genau, das würde ich immer gut ist mit Kommentar vergeben, dass die Leute, keine Ahnung, das kommentieren und dann schickt man ihnen den Link. Das ist eh best case für einen Algorithmus, wenn man schon Links braucht, dann immer irgendwie so einbauen. Ja. Hashtags? Hashtags kommen jetzt ja generell ganz raus. Das heißt, bei uns, wir sagen keinen Unterschied in der Performance, ob die Leute Hashtags haben oder nicht. Also ich glaube, es macht ganz wenig aus. Also ich glaube, es ist nice to have, aber es ändert wenig an der Performance. Das ist so witzig, weil es immer wieder irgendwie LinkedIn-Leute auch gibt, die Beratung machen und dann irgendwie auf diese Hashtags spüren. Und ich denke mir immer so, das war irgendwie seit Jahren noch nie ein Ding irgendwie. Aber trotzdem kriegen die das irgendwie so aufgeladen und sind so völle Überzeugung. Ich bin immer so, muss ich mich da nochmal mit beschäftigen oder ist das jetzt endlich vorbei? Also ich glaube, dass es nur nicht den Impact gehabt hat. Weil wie viele Menschen kennst du in deinem gesamten Umfeld, die jemals ein Hashtag folgen? Folgst du einem einzigen Hashtag? Ja, eben. Ich wüsste nicht mal, wie man das benutzt. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist halt einfach so was Cooles, was man klären kann, was man gut in Workshops reingeht, aber niemand wirklich probiert hat. Bei Instagram haben die Hashtags wirklich was gebracht. Genau, aber bei LinkedIn. Da kennt man das ja auch her. Da hat man ja auch die Suche dafür benutzt. Aber jetzt selbst, wenn ich ein Training gebe und ein LinkedIn-Workshop gebe, sind die Leute immer noch erstaunt, dass man nicht nur nach Personennamen suchen kann, sondern nach Position und nach Region. Wenn ich dann erzähle, du kannst halt Gründer in Hamburg eingeben, sind die Leute so, was, das kann ich in die Suche eingeben? Da will ich mir gar nicht vorstellen, wenn sie reagieren würden, wie man nach Hashtags suchen kann. Und dann würdest du wildfremden Leuten irgendwie da folgen. Ja, ich glaube, das Einzige, wo ich immer denke, Hashtags machen total Sinn, ist, wenn ich eine Kampagne mache und zum Beispiel alle den Hashtag, die das Media oder so nutzen sollen, dann kann ich voll schnell nachsuchen. Also voll cool für den Social Media Manager oder wenn ich eine Kampagne suche. Aber für die Reichweite ist egal. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Gut, dass du das nochmal bespätigst, weil ich das immer wieder aus dem Augenwinkel irgendwie so sehe und denke so, ist da wirklich was? Ja. Oh, das ist nochmal eine gute Frage. Hast du irgendwie mal, also kann man das irgendwie in den Daten sehen oder so? Wir haben eine Kategorie bei uns irgendwann eingeführt, dass wir gesagt haben, es gibt für uns Social Content, es gibt Expert Content und es gibt Conversion Content. Also wirklich, wo man mal probiert, die Leute direkt in Termine zu bekommen, in Anfragen zu bekommen oder in eine Webinaranmeldung zu bekommen, etc. Du hast ja bestimmt irgendwie dir ein paar hunderttausende Posts sozusagen angeguckt. Gibt es da irgendwie Formate oder so, die du gesehen hast, die sehr sympathisch irgendwie genau darauf zielen, die dann auch wirklich Leads irgendwie bringen? Weil ich habe das Gefühl, so die ersten beiden Kategorien kriegen viele Leute immer so hin, wissen irgendwie grob, wie ein Social Post geht, wie ein Expert Post geht. Aber wenn es wirklich darum geht, dass das wirklich irgendwie der Content auch konvertiert, habe ich das Gefühl, da wird es immer ein bisschen dünn und da bin ich natürlich neugierig, ob du irgendwas gesehen hast, was du hier irgendwie teilen kannst. Ich kann generell, also datengetrieben wenig, also ich kann dir so sagen, weil wir quasi kategorisieren ja Post quasi nach persönlichen Content, nach Knowledge Content und nach Business External Content und da schauen wir mal an, wie performant quasi die ganzen Sachen und da ist ja einfach, dass zum Beispiel Personal Content besser performt wie der Promotional Content. Aber was ich generell sehe und was total gut funktioniert, ist, wenn man Promotional Content macht, wenn man damit arbeitet, dass man eine andere Person das erzählen lässt. Das ist zum Beispiel, man nimmt ein Testimonial her und sagt, hey, das ist Richard. Richard hat gerade nach drei Monaten Scribe zehn Kunden generiert oder so und Richard erzählt, wie er das Produkt nutzt und dann sagt, hey, wenn ich du wäre, würde ich mich quasi jetzt absignen. Das funktioniert ja nicht am allerbesten, weil wenn du es selbst sagst, dann ist so, ja, okay, das ist Werbung. Aber wenn es eine andere Person authentisch sagt, dann funktioniert es immer am besten. Und das waren auch unsere besten Ads. Also ich habe ganz, ganz lang LinkedIn-Bait-Ads geschalten und die, die am besten konvertiert haben, waren auch eher die Case-Study, Testimonial-Sachen, wo die Leute, wo andere Leute erzählen, dass sie jetzt da sind, wo du quasi sein willst. Also sozusagen genau, wie so Testimonial-Posts und du schreibst in der dritten Person, guck mal hier, der hat das und das sozusagen erreicht. Zeigen mir ab. Ja, weil ich glaube, ich habe ja auch, ich weiß noch, als ich den ersten Post sozusagen zu euch gemacht habe und ich war so, ich glaube, das war ein Donnerstag oder so und ich dachte mir so, ja, mal gucken, ob da irgendwie was los ist. Wenn da zehn Leute kommentieren, irgendwie ist das gut. Ich weiß nicht mal, wo der rausgekommen ist. Ich glaube, jetzt sogar noch läuft der und ich dachte mir so, ey, eigentlich Eva müsste das Ding als irgendwie Werbung irgendwann schalten, weil ich glaube, irgendwie über 50 Leute haben sich, glaube ich, für die Software mittlerweile darüber angemeldet. Ich glaube, über 300 waren auf eurer Seite und das hat ja gezeigt, genau das, was du sagst, wenn andere Leute über dein Angebot oder dein Produkt sprechen, dass das immer der beste Panel irgendwie ist. Das hat ja extrem gut funktioniert. Also wir machen ja nur Community und Creator Marketing und das sind ja unsere Haupt-Growth-Kanäle und die machen halt so viel Trust, weil die halt dann von, also du brauchst ein gutes Produkt, weil sonst macht niemand Werbung dafür, aber wenn du ein gutes Produkt hast und die Leute drüber reden hast, dann erzeugt das ganz eine andere Erfahrung bei den Menschen und sie sind viel gewillter abzuseinen, weil sie halt nicht von dir hören, sondern halt vom Dritten. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu, weil so Vermarktung von Software sozusagen ist ja, wie du sagst, gutes Produkt ist, glaube ich, das Fundament, damit das irgendwie funktioniert. Wie seid ihr da rangegangen? Was macht ihr heute? Also wir haben drei verschiedene Marketing-Kanäle und das, was immer noch am besten funktioniert, ist unsere eigenen Börser-Brands. Also ich kriege so von Carmen Bosen halt irgendwie mindestens zwei, dreimal die Woche auf LinkedIn und davon ist ja immer noch, war am Anfang 80 Prozent unserer Inbound-Sachen, ist eigentlich nur für unsere Brands gekommen. Also jetzt große Firmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen und irgendwie keine 30, 40 Seeds haben wollen, die kann man auch über unsere Personal Brands, weil wir halt drüber reden und halt unsere Mitarbeiter. Und das Zweite ist eigentlich der Community-Aspekt, das heißt quasi, wir haben die WhatsApp-Community, wir machen regelmäßig Community-Webinare, wir schauen, dass wir die Leute zusammenbringen und dann gerade, dass du nicht nur das Produkt hast, sondern du hast auch Leute, die irgendwie den ähnlichen Weg gehen gerade wie du, die auch gerade anfangen oder weiter sind oder über ähnliche Themen posten und so quasi den Community-Effekt hast, dass die einmal miteinander reden, aber auch, dass du länger bleibst. Das ist quasi das Zweite, was wir machen, was irgendwie extrem wichtig ist für jedes SaaS-Produkt, weil damit kannst du die halt voll vom Markt abheben, weil nicht jedes Produkt hat eine geile Community. Genau, das Dritte, was wir machen, ist eigentlich Affiliate und Ambessadoren und das ist eigentlich, dass wir mit verschiedenen Content-Kreatoren zusammenarbeiten, dass wir sie pushen, aber auch, dass sie uns pushen und dass sie quasi einfach über Experience mit dem Produkt teilen und uns so quasi auf LinkedIn nur mehr Awareness schaffen. Das ist quasi der dritte Kanal, über die wir jetzt eigentlich von allen Sachen, die wir ausprobiert haben, am besten wachsen. Wahrscheinlich das Nächste, was wir machen, ist ein kleiner Bait-Funnel. Da müssen wir aber antesten, wie gut das Ganze funktioniert, aber wir haben halt jetzt so gar nicht alles vorgetestet, was wir dann eigentlich bei A-Ton wissen. Das heißt, ich finde es viel smarter, organisch mal zu validieren, was für Messaging zieht überhaupt. Das sieht man in einem Post und welches Messaging hast du benutzt und das auszuspielen, wie blind rauszukümmern, sonst verballerst du meistens voll viel Geld. Ja. Das war auch spannend zu sehen. Witzigerweise sehen wir das auch in den Ads sozusagen, weil wir ja eigentlich von der Zielgruppe eine ähnliche Zielgruppe haben, einfach aber ein bisschen anderes Produkt sozusagen haben. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass dieses in kurzer Zeit Content erstellen das Beste auch in bezahlten Werbeanzeigen ist. Also wir haben jetzt irgendwie so einen Winkel, keine Ahnung, du brauchst länger als fünf Minuten für einen LinkedIn-Post, dann sichert dir irgendwie unsere Chat-GPT-Liste hier. Und der Winkel hat am besten funktioniert. Die Leute interessieren sich nicht für Reichweite, nicht für Likes, irgendwie ob sie Leads bekommen, sondern dass sie einfach so schnell wie möglich einen Post erstellen können. Und das fand ich auch für uns sozusagen nochmal super spannend. Und war ja auch sozusagen der Winkel, der bei meinem Post für euch gut funktioniert hat. Und ich glaube wirklich, Eva, ein paar Tage mache ich ja YouTube. Und da habe ich mich so ein bisschen gefreut, als ich das YouTube-Video auf Subscribe gemacht habe, weil ich dachte, okay, es ist ein neues AI-Tool, es ist LinkedIn drin und es ist Tool drin. Und das ist meistens so die Dreierkombination. Da kann man gefühlt sozusagen sicher sein, dass das gut funktioniert. Und ich glaube, da werdet ihr dann paid auch relativ viel Spaß haben, weil die Leute halt genau nach so einem Tool auch irgendwie sind. Also voll spannend, da nochmal das so von dir zu hören. Also wir testen das jetzt an, aber jetzt sieht man auch, welche Engel man vor allem in welche Richtung wir ein bisschen gehen können. Wirklich, hätte ich auch, ey, hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, hey, das kann nicht das größte Problem sein. Aber es war plötzlich das größte Problem. Kannst du ein bisschen was zu diesen Ambassador und Affiliate sozusagen System haben? Wir haben immer wieder auch darüber nachgedacht. Ich hatte immer das Gefühl, viele Leute interessieren sich dafür, wollen das irgendwie machen, aber es war irgendwie so ein bisschen zäh, dass die Leute dann wirklich irgendwie da irgendwie was machen. Hast du da irgendwie ein Erfolgsrezept, was für euch irgendwie gut funktioniert hat? Was bei uns extrem gut funktioniert hat, wir hatten ja für zwei Monate diese Invite-Only-Beta. Und wir hatten quasi so gemacht, dass wenn du einen Affiliate-Link machst, dein Affiliate-Link nicht nur wie ein Affiliate-Link ist, sondern auch wie dein Schlüssel zu der Plattform. Das heißt, man kann den Leuten quasi den Schlüssel aus dem Skype geben, weil es stand so, du brauchst einen Code, aber jeder Affiliate-Code war quasi ein Schlüssel. Das heißt, es war so ähnlich wie dieses Clubhouse-Prinzip damals, Invite-Only, ich schnitt dir mal einen Link. Stimmt. Und dann haben die Leute übergedacht und gesagt, hey, hast du schon bei Scribe ausprobiert, weil es war ja nur gratis. Und das heißt, die Leute haben wie die, also haben alle eigentlich Affiliate jetzt gemacht, weil sie haben mitverdient und den Menschen quasi diesen Schlüssel gegeben. Und so hatten wir quasi relativ schnell irgendwie so 80, 90 Leute, die sich da schon abgesigned haben und die helfen uns halt jetzt, obwohl das Schlüsselprinzip nicht mehr da ist, andere Leute zu sagen, hey, verdient da voll viel mit, macht das doch auch. Und jetzt ist es eigentlich sehr viel Mundpropaganda und Netzwerk. Aber das war unser quasi smartester Move, um das Ganze abzukicken, weil jeder hat irgendwie Lust, dass es seine Freunde hat. Habt ihr mal überlegt, das zu behalten? Ja, hatten wir mal ganz gut. Also so ein Invite-Only-Konzept? Ja, da hatten wir ganz gut. Aber die zahlen durch und das Problem ist, du verlierst halt dann Leute, weil es ist halt ein extra Step, den du in einem Funnel drin hast, weil die Leute einen Code brauchen. Und wir machen jetzt halt viel mehr Umsatz mit dem Code. Aber bis dorthin war es für uns auch besser, dass wir nicht so den Ansturm gehabt hatten, weil dadurch konnten wir nur ganz, ganz viel fixen, was halt auf dem Weg war durch diese Invite-Only-Wand. Aber das ist spannend sozusagen, den Affiliates oder den Ambassadors irgendwas zu geben, was die anderen nicht haben. Und auch das zum Beispiel, keine Ahnung, diesen 30-Tage-Code, den ihr uns lieberweise sozusagen gegeben habt, war glaube ich auch ein Anreiz für viele zu sagen, hey, wir probieren das jetzt mal 30 Tage irgendwie aus und machen nicht das, was wir irgendwie nur auf der Website bekommen. Man muss ihnen immer das Gefühl geben, warum sollte man überhaupt den Link nutzen. Also wenn es keinen Grund gibt, dann funktionieren Affiliate-Programme nicht so gut, außer das ist ein Blog oder so. Aber das muss ja immer ein extra Benefit sein, dass du den Link nutzt. Voll. Das ist ein guter Tipp. Und sag mal sozusagen, was mich interessieren würde, so irgendwie, was ist denn der Case hinterm Saas? Also ist es irgendwie, dass man sagt, man zieht das jetzt irgendwie drei Jahre durch und verkauft die Kiste irgendwann, weil bis man damit wirklich profitabel ist und Geld verdient, ist es ja schon ein langer Weg, oder nicht? Das ist jetzt schon fast profitabel eigentlich. Aber wir sind halt ein Miniteam. Also du musst dir denken, wir sind halt ein dreikämpfiges Team. Dadurch müssen wir nicht viel Umsatz machen. Ja, und drei kleine Genies. Ja, und damit geht das dann wahrscheinlich. Dadurch geht es eigentlich, weil wir ja nicht überheiern müssen und jetzt quasi das nicht extrem aufbaut und wir halt relativ schnell am Product Market Fit waren, aber es ist jetzt nicht der normale Weg. Bei uns ist so das Ziel, also du baust es jetzt schon so vier, fünf Jahre auf und ich glaube, wir kommen auf so fünf Millionen eher in die nächsten fünf Jahre. Also ich glaube, das ist sehr realistisch, wenn man sich andere Tools anschaut und andere Wege. Und dann kannst du halt für so 50 Millionen verkaufen, wenn du einen Käufer findest. Oder du ziehst es quasi weiterhin auf. Das hängt davon ab, wie sich der Markt generell entwickelt. Ich finde es relativ schwierig, wenn man sich anschaut, wo unser Markt vor drei Jahren waren oder wo er jetzt ist durch die ganzen AI-Technologien. Aber normalerweise schaust du schon, dass du es quasi skandierst und dann eigentlich verkaufst. Und das sind so fünf bis zehn Jahre. Ja, stimmt. Da kriegt man immer ein ganz gutes Multi-Bild drauf, ne, auf Software sozusagen. Fünf Millionen in Jahr, 50 Millionen verkaufst du halt. Ja, stark. Habt ihr sozusagen eigentlich international schon irgendwie einen Fokus oder erstmal Dachregionen? schon so, dass irgendwie 20 Prozent unserer Kunden aus Amerika sind und dass ich das Produkt viel schneller in Amerika verbreite. Spannend. Weil die Leute öfter posten. Also du musst dir denken, wenn die Zeit ersparen ist, der Fokus ist und wenn ich jetzt zehn Boasts in der Woche mache, dann nutze mir das Produkt mehr, wenn ich ein Boast die Woche mache. Und bei den Amerikanern ist Personal Branding wie so eine Art Lebensversicherung schon ein bisschen, dass sie quasi irgendwie, also, ja, weil du hast halt viele andere soziale Systeme und du musst ja quasi selbst deinen Traumjob erkämpfen und du hast ja wenig Sicherheit. Das heißt, du musst eine Position sehr, sehr establishen und Amerikanern ist ein sehr, sehr guter Faktor, warum die eine Person, eine Brand heilen sollte. Und das heißt, für den ist es nur eine viel höhere Priorität, das zu machen und dadurch merken wir, dass der Need größer ist und einfach auch der Markt ist halt größer. Das ist halt nur eine, nur englische Sprache und maximal eine Sprache. Ja, das stimmt. Dadurch, bei uns geht es schon sehr, sehr stark oder wird sehr stark in den amerikanischen Markt gehen. Geht es ja jetzt schon. Ja, kann ich mir vorstellen, die sind ja auch einfach viel mehr Leute in der Gesamtzahl sozusagen, die man da erreichen kann. Und was du gesagt hast, ich glaube, dass das Spiel und auch Content einfach nochmal deutlich affiner ist. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es immer noch so, dass man Leuten erklären muss, warum sich Content ohne eine Personal Brand irgendwie lohnt. Ich glaube, da sind die Amis uns irgendwie gefühlt schon fünf Jahre voraus und irgendwie jeder hat das verstanden. Und die wechseln jetzt immer mehr von Twitter auf LinkedIn und den Trend merken wir halt ein, drehen und das ist halt ein anderes Content-Format und dadurch nimmt eigentlich nochmal der amerikanische LinkedIn-Wachstum der User auch zu. Das spielt uns auch total in die Karten, weil die sich umdenken müssen, dass sie jetzt länger und anders schreiben müssen. Stimmt, und dass sie länger und anders sozusagen schreiben müssen. Und sag mal, du steigst da auch in die Programmierung ein? Also schreibst du auch die Sachen und die Software oder macht das dein Co-Von? Das macht Design und Fullstack. Ich mache ganz, ganz viel für unsere iPads. Das heißt, was du siehst, quasi wie das Ganze erstellt, welche Modelle wir nutzen und so, aber ich finde es ganz cool, weil ihr wollt, ihr habt das ja mal studiert, und ihr habt gedacht, jetzt brauche ich das denn wieder und jetzt brauche ich es zum Glück wieder mal und da habe ich so eine Mütung. Voll die gute Geschichte, hört man selten ja, dass man was aus dem Studium braucht. Da kann ich wenigstens so ein paar Sachen und so ein paar Tests schreiben. Aber ich mache halt auch bei uns ganz viel Fundraising, Sales, ganz viel nach außen auch, aber wir sind ja drei Menschen, das heißt, jeder macht alles so ein bisschen, außer eben Christoph macht nur Product. Ja, das stimmt. Gutes Stichwort Fundraising sozusagen. Was sind da die Roadmap? Wollt ihr irgendwie externes Geld aufnehmen oder tut ihr das heute schon oder irgendwie versucht ihr das Bootstrapped irgendwie groß zu bekommen? Habt ihr da schon einen Plan? Jetzt haben wir jetzt unsere Pre-Seat geclosed oder eigentlich in zwei Wochen dann offiziell und haben eigentlich da so einen mittelstelligen, sechsstelligen Betrag aufgenommen ungefähr. Einfach aus dem Grund, dass wir schneller in dem ganzen Corporate-Bereich jetzt skalieren können in Deutschland, weil da extrem viel Mieter ist, aber du brauchst halt einen Account-Manager, du brauchst mehr Leute im Sales, du brauchst ein Dev im Kundenverbot und der Speed ist da immer noch ein Game-Changer und ich weiß jetzt, mit dem Geld können wir mehr speeden. Und dann schauen wir mal, wenn wir weiterhin Lean skalieren können, dann machen wir keine, also machen wir die Runde vielleicht erst später oder keine Runde oder wir machen dann mal eine größere Runde, weil wir merken, hey, wir könnten da jetzt Biggest First Player sein. Das heißt, da sind wir jetzt so relativ offen, aber haben wir uns jetzt dafür entschieden, strategisch das jetzt zu machen, weil wir glauben, dass wir am schnellsten da den Markt abschöpfen können. Ich bin da ja völlig unberührt in dem Bereich, das heißt, ist es ein großer Investor oder sind das dann viele Kleine, die irgendwie einen kleinen Anteil bekommen? Wir haben uns für viele Kleine entschieden und nur für Angels, also nicht für VCs, weil ein VC quasi viel mehr Multiple machen muss. Das heißt, ein VC, da müsstest du immer das Ding mindestens, also wenn du jetzt sagen, du bist jetzt irgendwie 6 Millionen wert, dann müsstest du für ein VC mindestens 600 Millionen wert sein, also mindestens mal 100x oder 1000x, wenn du verkaufst. Das heißt, die müssen auch, aber das ist ein dieses Modell. Und für ein Angel reicht da oft, wenn du nur 10x machst, also keine Ahnung, 50, 60 Millionen. Das sind andere Intentionen, weil quasi ein VC muss immer, die anderen Leute geben ihm Geld und er muss das Geld returnen. Das heißt, und der Angel macht das nur für sich sozusagen. Der andere macht das Kapitalgeber return und dadurch muss ein VC schauen, dass ein Unternehmen skaliert und meistens wird es nur 1 von 100, wird was. Das heißt, es muss alle pushen, dass sie skalieren. Das ist ein ganz anderer, also dann quasi, lass das Gas los und du musst durchstarten. Also da gibt es dann kein Zurück mehr und bei Angels gibt es ein bisschen, also ist noch mehr kleiner. Und deshalb, wir haben verschiedene Leute dazugeholt, die uns als Advisor eigentlich in verschiedene Bereiche helfen und da uns eigentlich, wir haben jetzt zwölf Leute dabei und die sind echt ganz cool und helfen uns halt eigentlich in Sales, Marketing, Product, das Ding halt nur schneller und weiter auf die Straße zu bringen. Voll gut. Und die kriegen dann sozusagen einen kleinen Anteil, wenn der irgendwann verkauft wird oder am Jahresüberschuss? Normalerweise, also es hängt davon ab, wie man das regelt, aber normalerweise hast du auch voll wenig Jahresüberschuss, aber normalerweise kriegen die dann, wenn es verkauft wird, kriegen die quasi einen kleinen Anteil und genau, also da gibt man halt quasi immer gewisse Prozente ab und die werden dann auf die Leute verteilt, denen man das gibt. Hervoll cool, weil ich glaube auch, da Geschwindigkeit wird ein Riesenthema sein, dass man da sozusagen relativ zügig irgendwie, ja auch diesen Corporate-Bereich ist wahrscheinlich der interessanteste Bereich für euch, aber wenn man dann irgendwie 40, 50 Leute in die Software bekommt, ist halt was anderes, als wenn du, was weiß ich, die One-Man-Show da irgendwie reinbekommst. Genau, genau. Und ich glaube halt, es ist ein sehr kompetitiver Markt und auch wenn das beste Produkt ist, wenn jemand lauter schreit, dann kommen trotzdem das Leute zu der anderen Person. Das heißt, man muss immer abwägen, wann macht wie, wo, was Sinn. Aber in dem Bereich gibt es gar richtig und gar falsch. Also auch wenn du Bootstrap kannst du genauso erfolgreich sein, wie wenn du Races. Also sehr, sehr, sehr unvorhersehbar, wie die ganzen Sachen dann geschehen. Ja. Ist da eigentlich was los in dem Bereich? Also wir haben uns ja auch immer wieder sozusagen Tools angeguckt, keine Ahnung, Buffer schwimmt da irgendwie rum, Authored Up schwimmt da irgendwie rum. Aber ich habe das Gefühl, EURS ist so ein bisschen unique im Sinne von, was du gesagt hast, dass man auch mit dem ganzen Team zum Beispiel arbeiten kann, ist für mich ein Riesenvorteil. Na, dann diese ganzen AI-Funktionen, weiß ich gar nicht, ob die anderen sich das irgendwie geschnappt haben, weil wie du sagst, das ist relativ neu ist. Gibt es da andere Tools, die sich genau diesen Case auch geschnappt haben? Also wenn du, glaube ich, ganz viele Fachexperte diesst wie du und dann würde ich sagen, nein, weil du weißt quasi, was guter Content ist und du weißt, was die Qualität ist. Ah, sozusagen, ja. Jetzt rein überflächlich gibt es viele Tools, die sagen, du machst LinkedIn-Content. Also ich finde immer der Unterschied ist zwischen was kann, was will. Aber wenn du die wenigen in der Branche ausgrenzt, dann denkst du halt, es gibt irgendwie 50 Tools oder 100 Tools. Aber ich habe in der Qualität und in der Umsetzung sind wir die Einzigen jetzt gerade am Markt als First Mover. Und es ist ja nicht so leicht, alles, was wir da jetzt gemacht haben, zu replizieren, weil du halt sehr, sehr viel Algorithmuswissen brauchst eigentlich, wie wir das da so hingestellt haben. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, da ist ja, da zahlt sich doch dein Studium sehr aus, ne? Also da stehen bestimmt Sachen drin, die jetzt nicht jeder einfach mal reproduzieren kann. Und ich muss auch sagen, zum ganzen sozusagen Frontend und Design und so großes Kompliment, Weil das muss man ja auch noch hinbekommen, ne? Also es gab auch andere Leute, die ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, die sozusagen sich auch da dran probiert haben. Aber ich finde immer, wenn die Webseite dann irgendwie nicht so professionell aussieht, irgendwie, dann habe ich das Gefühl, ah, dann würde ich auch der Software irgendwie nicht so richtig trauen, ne? Da gibt es ja dann schon irgendwie immer ein Match beziehungsweise ein Bauchgefühl, was entsteht, ob das richtig ist oder nicht. Also es ist ja nur, weil Christoph halt Full-Stack und Design macht und weil ihm halt Design total wichtig ist und er sich da reingenördet hat. Aber ich glaube, hätten wir jetzt keinen Christoph, der das jetzt alles konnte, das ist gar nicht so ausschauen. Aber ich glaube halt, du benutzt es halt eine Software viel lieber. Also das Hauptkompliment, was wir kriegen hier, ist es auch so einfach zu benutzen. Die UX hat sich so gut angefühlt, dann fühlt es halt wunderbar hochwertiger an, wie wenn es halt irgendwie, ja, aussieht wie HTML von 1999. Ei, das macht schon einen Unterschied. Vielleicht zum letzten Abschnitt, kannst du ein bisschen was erzählen zu vielleicht Funktionen, die ihr auch geplant habt, ob ihr da irgendwas in der Pipeline habt. Erstmal ein großes Kompliment zu den AI-Bildern. Das kam irgendwie so aus dem Nichts. Das war immer meine Hoffnung, aber ich habe nie so ein richtiges Tool dafür gefunden und ich dachte mir so, krass, jetzt implementieren die das auch noch. Und jeden Tag sehe ich jemanden mit einem Bild davon und ich war noch so skeptisch, ob das funktioniert oder nicht. Und ich habe das Gefühl, das wird einfach direkt angenommen und es macht gar keinen Unterschied. Das ist total lustig, weil wir hatten auch, also die Leute waren auch total skeptisch und dann haben wir es gelauncht und wir sehen halt, dass die Leute die ganze Zeit die AI-Bilder posten und es checkt dann niemand. Also ich finde, du als ein Scribe-User, you know, weil du weißt, wie die Scribe-Bilder aussehen, aber als ein Nichtscribe-User, du hast keine Ahnung. Und das finde ich total spannend, weil jetzt immer wieder Leute posten und das halt nicht dazuschreiben und die Leute halt wirklich den Unterschied nicht merken. Aber da haben wir uns auch sehr, sehr viel, wir haben ganz, ganz viel auf Personal-Pranding-Builder optimiert, dadurch sind die Bilder so Personal-Pranding-mäßig. Aber ich fand es auch richtig nice, deine Bilder anzuschauen. Also auch die weibliche Version von dir war schon sehr funny. Ja. Dann, also was jetzt auf unserer Roadmap ist, das nächste, was wir launchen, ist der AI-Content-Call. Das bedeutet, dass wir wie im Podcast mit dir sitzen, das quasi Scribe-T interviewt und dir Fragen stellt und du Rückfragen stellen kannst, also wie ein Gespräch hast und dann quasi aus dem Gespräch Content entsteht, weil ich glaube, dass das Ganze Ach, crazy, dass dann ein Bot, der dich interviewt, um auf Content, okay, das ist crazy shit. Der kommt in zwei Wochen, also kann ich mich dann freuen. Krass. Das heißt, du hast wirklich viel in Gesprächen. Ja. Oh, da ist Malte in Gefahr. Ja, der macht das im Moment. Weil ich glaube, dass es extrem schwierig ist, wenn du gerade keinen Bock hast oder wenn du keine, also wenn du gerade keine Ideen hast, irgendwie auf Ideen zu kommen und ich glaube, dass dein Gespräch das Leichteste ist, was es auslöst und dadurch quasi hast du dann einen Content Call mit Scribe oder ein Content Interview. Genau. Geil. Und dann so long auf unsere Roadmap sind AI Videos, wo du quasi, wie du die Bilder hochgeladen hast, liest und dann zehn Videos von dir hoch und wir machen dann quasi ein AI Avatar Video von dir, dass du die quasi nicht mehr filmen musst und die ganzen Sachen aufsprechen musst. Das heißt quasi, wir machen aus LinkedIn Post Script und aus Script dann direkt AI Video. Das ist das, was quasi Q1, Q2 passieren wird. Stimmt, da gibt es auch schon die Technologie mit so HeyGen und so den Tools und so. Ich habe da auch schon ein bisschen mit rumgespielt und war auch so, oh Mann, ich baue nie wieder eine Kamera auf. Das macht ja alles einfacher. Und wenn man nur noch die Tonspur, sei es auch nur noch die Tonspur aufnehmen muss, dann ist das ja auch irgendwie alles irgendwie einfacher geworden. Und den Ton haben wir ja schon viel, weil die User ganz viele Audiosachen hochgeladen haben. Das heißt, den Ton können wir reichend replizieren. Jetzt ist die Technologie nur zu teuer. Also es kostet irgendwie so 70 Euro dann oder 80 pro Video, also pro Training und so. Das wäre jetzt ein zu sehr Premium Feature, aber ich glaube, dass es günstiger wird. Also das ist wahrscheinlich auch unser Roadmap, weil da kann man halt across Channels eigentlich personalized Content produzieren, weil dann kannst du ja für alle deine Kanäle dein Content dann via Scribe. Das ist das, wo man es auch hin entwickeln werden in den nächsten paar Monaten oder Jahre. Ja, sehr, sehr cool. Zwei sehr coole Features, die da in der Pipeline sind und ich glaube, wirklich sehr nervt treffen, weil es auch so die größten Probleme sind, die die Leute sind, irgendwie auf gute Posts oder so zu kommen. Eva, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, einen coolen Ausblick, was die Software kann. Wer Lust hat, sich für Scribe anzumelden, Code findest du hier unter diesem Video. Mein Schlüssel benutzen, ganz wichtig. Und dann drücke ich euch die Daumen für die nächsten Monate und hoffentlich Jahre. Danke dir auch für das letzte Gespräch. da management sauberen, zu Tempestjus. 10 in so bearbeiten, Okay. SchFC den Hausher 데� paradum ist nå in einer Seite der Strecke. Das hat er Vielen Dank.